Adler Hygieneservice. Unser Service garantiert Ihre Hygiene. Wir schützen Sie professionell bei auftretendem Schädlings- oder Lästlingsbefall, von Industrieanlagen über Gastronomiebetriebe bis hin zu privaten oder durch Hausverwaltungen betreuten Außen- und Wohnbereichen. Unser oberstes Gebot ist die Erhaltung und Wiederherstellung Ihrer Gesundheitsaspekte. Bei maximalem Schutz für Mensch, Umwelt und Tier entwickeln wir maßgeschneiderte und effiziente Lösungen. Diskretion ist ein selbstverständlicher Grundsatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017